Kunst gegen Bares Wenn man ein IQ von unter 40 hat, ist man zu blöd, Töne zu öffnen. Das trifft auf 50% meiner Auszubildenden zu. Wir ausbildern sie liebevoll Störfleisch. Das ist wirklich nachgewiesen, laut einer Statistik, dass Männer wirklich ein schlimmeres Schmerzempfinden haben, wenn sie die Grippe haben. Männergrippe oder Kinder kriegen das gleiche in dem Sinne. Ja, wisst ihr? Jedes Mal lang Fußball wolltet ihr früher gehen. Wir konnten das schwer verstehen. Ein Ball, ein Tor, elf Meter. Ja, wo ist so ein Scheißproblem. Doch das passt schon gut, denn seit ein paar Jahren winkelt ihr gegen den Wind. Und haben, haben wir gedacht, wenn ihr wirklich geht, dann nehmt doch wenigstens unsere Sachsen mit. Die Tiere müssen wieder lernen, was echter Hunger ist, wenn man auf dem Weg zum Supermarkt den Reisepass vergesst. Den Reisepass vergesst. 2 3 3 2 3 4 3 Gine, life is not what it seems You're lost in the night, don't wanna struggle and fight There's someone who needs you Und ich pack's nicht mal, ein Bild aufzuhängen In mein eigenen vier Wänden Ja, wie? Krass, wenn ich denn? Naja, so Mitte Ja, wie krass, ja, wie krass, ja, wie krass Wenn ich denn? Naja, so Mitte Ich hab mal noch mal zuhause geübt und ne Nachbarin von mir, die singt jetzt mit Das ist immer so Ja, wie krass bin ich denn? Halt deine Fresse Ach, das gefällt euch, oder? Ja, glaub mal Wie krass Wenn ich denn? Halt deine Fresse Jetzt hab ich Mut Jetzt geh ich's an Jetzt wird mir klar, wer ich bin, was ich kann Die Freiheit im Blick Die Angst im Nacken Mich immer zu fragen, werd ich es packen? Jetzt hab ich Wut, jetzt bin ich dran Jetzt wird es wahr, dass ich bin, dass ich kann Und da sprach das junge Borg-Rollern Mein Ritter, der muss tapfer sein Und du Mut, ich will es dir verraten Und auf dein Glück erwarten Ich steh auf richtig scharfe Sachen Also ohne einen Drachen Also ohne einen Drachen Und er hinterdenkt sich Jetzt wird's schwer Wo krieg ich denn einen Drachen her? Äh, ja Keine Ahnung Keine Ahnung Eine Freundin von mir Die hat ne Angststörung Keine Ahnung, wo das herkommen könnte Die hat eigentlich voll das schöne Klassenlied gehört, glaub ich Äh, ich hab mir das mal beschreiben lassen Mein Kindchen, schlaf ruhig und gut ein Geweckt wirst du Hat sich da gerade was unter deinem Bett bewegt? Da hat sich doch gerade was bewegt unter... Ah! Nee, war nix Mein Kindchen, schlaf ruhig und gut ein Doch, da hat sich doch gerade was bewegt unter... Nimm mal bitte dein Bein und leg's zurück unter die Decke Mein Kindchen, schlaf ruhig und gut ein Geweckt wirst du vom Sonnenschein Mama und Papa gehen jetzt erstmal weg Viel Spaß mit den Monstern unter deinem Bett